Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich wollte heute mal ganz was anderes machen und zwar ein leckeres Eis. Und es gibt in Italien ein Eis, das heißt Fior di Latte. Das wollte ich gerne mit euch machen und dann vielleicht noch eins mit Haselnüssen, mit Schokolade. Die Sachen habe ich hier schon vorbereitet. Ein paar Sachen muss man schon zwei Tage vorher fertig herstellen und ja, ich würde sagen, hier sind einmal die Zutaten. Und zwar habe ich hier einmal am Arena Kirschen, Milchmädchen und Schokosirup, Haselnüsse, ja so ein paar Schokoladenstreusel. Natürlich brauchen wir eine Sahne und ich habe hier etwas karamellisierte Haselnüsse. Und natürlich noch Schoko mit Butter, das werde ich gleich dann noch etwas schmelzen. Als erstes werde ich heute die Sahne schlagen in meiner alten Bosch Maschine, da wir wirklich in der Sahne viel Luft brauchen. Und zu der Sahne brauchen wir auch viel Zucker. Deswegen die gesüßte Kondensmilch, damit sich keine großen Eiskristalle bilden und das Eis richtig schön cremig wird. Deswegen brauchen wir viel Fett und viel Zucker. Wenn das Eis kalt ist und man süßt nicht zu viel, dann schmeckt es nicht so gut, man merkt die Süße nicht. Deswegen brauchen wir da auch etwas mehr Zucker. Also keine Angst, wenn es mal ein bisschen süßer ist, ja. Deswegen nehme ich heute kein Chemo mit und mache das hier mit meiner alten Bosch Maschine. Und jetzt tue ich erstmal 600 Gramm Sahne schlagen. Ich habe jetzt hier 150 Gramm Milchmädchen reingetan und gebe dazu noch 200 Gramm Sahne. So, das werde ich jetzt einmal nur verrühren. Nur diese zwei Zutaten für die Latte, so heißt das. Und gebe da auch so einen kleinen Löffel Stärke mit rein, damit sich diese zwei Komponenten, sag ich mal, auch richtig gut verbinden. Und ja, es ist eine Sicherheit einfach. So, und vorsichtig, damit wirklich die Luft hier in der Sahne bleibt, ja. Also hier habe ich die Behälter, wo ich dann jetzt auch das Eis rein geben werde. Und so gebe ich das jetzt schon mal in die Tour. Das gleiche wird jetzt nochmal gemacht. Und zwar gebe ich wieder 150 Gramm Milchmädchen. die Haselnüsse, also karaminisierten Haselnüsse, gebe ich rein. Gebe einfach nochmal so ein bisschen Schokolade dabei. Und das Ganze wird jetzt auch nochmal gut gemischt. Und die cremige Schokolade. Ich habe das jetzt gerade in der Mikrowelle nochmal reingestellt, damit sich das etwas flüssiger wird. Und das gebe ich auch mit rein, ja. Richtig hier schön in unsere Zuckermasse. Das wird ein super klasse Eis. Ich freue mich drauf. Ja, das wird einmal richtig verrührt. Ja, das muss ich auf jeden Fall richtig gut vermischen alles. Die Sahne rein. Und zwar auch wieder 200 Gramm. Ich sehe schon, für die dritte Sorte, da muss ich nochmal einen Becher Sahne schlagen. Und das Ganze verrühre ich jetzt richtig gut. Kommt dann einmal hier rein. Bisschen Schokolade. Und verschließe das jetzt. Und das geht auch wieder in die Truhe. Weiter geht es mit der dritten Sorte. Und jetzt kommt mein Highlight. Und zwar meine super leckeren, tollen Amarena Kirschen. Also ich habe wirklich selten so leckere gegessen. Da gebe ich einmal nur ein bisschen Soße hier rein. Und jetzt gebe ich nochmal so einen Löffel Stärke mit rein. Leute, das wird ein Hammer Eis. Also wenn das nicht mal super lecker ist, dann weiß ich es auch nicht. Und das lasse ich auch so. Und kommt auch in den Gefrierschrank. Jetzt werde ich noch eine mit Schokoladensirup machen. Schokoladensirup gebe ich jetzt einmal hier rein. Alles süße Sachen. Süße Angelegenheit. Ich sag's euch. So, rühre das Ganze einmal um. Oh, das sieht fantastisch aus. Guckt euch das an. Und ein bisschen Schokosoße. Bisschen quer. Kreuzum quer, damit das auch ein bisschen gut aussieht. Und hier sind die Eissorten. Amarena Eis. Schoko Eis. Mit Haselnüssen. Und hier, äh, ja. So, Tracciatella Eis ähnlich. Und Fior di Latte. Sind jetzt gefroren. Und jetzt werde ich natürlich mit euch zusammen, ähm, probieren. Und bin wirklich super gespannt auf das leckere Amarena Eis. Und auch auf dieses Haselnuss-Schoko Eis. Ja. Jetzt geht's ans Probieren. Und schauen auch, ob sich nicht, äh, große Kristalle gebildet haben. Eiskristalle gebildet haben. Aber wie ihr sehen könnt hier, kann man das Eis wunderbar Wow. Schaut euch das an. Das ist echt super. Also. Super klasse. Ich nehme jetzt erstmal von allen eine Kugel. Ja. Die Kugel ist kaputt gegangen, aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, äh, Hauptsache das schmeckt. Bisschen von den Haselnuss-Reis. Aber das ist noch ein bisschen, äh, das müsste ich noch ein bisschen stehen lassen, dass man das richtig, ähm, rausholen kann. Also man muss das ja meistens immer einen Moment stehen lassen, dass man, äh, ja, das besser nehmen kann. Und natürlich jetzt hier Fjordi Latte. Seht ihr das hier? Wie toll das kommt. Ja. Noch ein Momentchen abweiten, dann kann man das besser nehmen. Ja, was soll ich sagen? Also ich finde es, ähm, super klasse. Ich bin hundertprozentig zufrieden mit dem Eis. Hier habe ich noch meine Amarena Kirschen, da kann ich ja immer noch etwas oben drauf machen. Oder natürlich vom Schokosirup ist ja auch was übrig geblieben. Und jetzt werde ich mein Eis, äh, probieren. Ich nehme erst mal für die Latte, was mir immer so richtig super lecker schmeckt. Mh. Mh, er zergeht, ah, zergeht auf der Zunge. Muss nur noch ganz bisschen auch mehr auftauen. Mh. Und jetzt das Amarena Eis, ich weiß gar nicht, nee, das ist das Schokoeis. Leute, ohne Eismaschine, ohne Ei, so ein super tolles Eis zu zaubern, mit ganz einfachen, äh, ähm, Zutaten, ist echt der Hammer. hier in diesem sind überhaupt keine Eiskristalle drin, also gar nicht, kein bisschen. Mh. Guckt euch das an, das geht ganz einfach. Mh. was muss ich noch probieren. Mh. Amarena Eis. Hier fängt es schon an zu schmilzen, seht ihr das? Richtig super. Richtig super. Richtig super. Mh. Ich bin begeistert. Mal eben schnell gemacht, hier vier verschiedene Sorten. Ich hoffe, dass mein Filmchen euch gefallen hat. Wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt alle gesund und, äh, sage, wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept und bleibt dabei. Tschüss. Und ich lasse es mir jetzt weiterhin schmecken.